Na, seht ihr, ich glaube, ich habe es nicht, also ich habe, ich glaube, ich schaffe keine 350 mehr. Ja, wenn ich glaube, ich werde auf keinen Fall mehr 350 schaffen. Ja, egal. Na, komm. Jetzt lasse ich da schon hoch. Du dummer Wasserfall. Gut. Wunderbärchen. Super. Ich bin hier eben ein bisschen zurück. Oh, ich komme mit ihr zur Hilfe. Ich muss sagen, die Fee hat ziemlich große Brüste für ein Kinderspiel. Mann, ihr Franzosen. Oh mein Gott, das hat eben ein bisschen geleckt. Böses Spiel. Oh, da waren Voice Quake. Yay. Gut gemacht. Blablabla. Was ist denn das? Okay. Das ist einfach nur so eine Extra-Welt, wo ich dann besonders viele Sachen kriege, oder wie? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe sogar zu wenig von den Dingern eingesammelt. Wie kann das sein? Nein. Okay. Schmerzlos? Warte, den guck ich mir jetzt gleich mal an. Du hast ein Level geschafft, ohne einen Treffer zu... Ja, super, bei einem Gegner ist das nicht schwer. Schade, neun zu wenig. Yay. Aber gut. Hat auch mal was. Einfach so ein Level zum Draufkloppen. Warum ist eigentlich... Warum ist da so ein Ausrufezeichen am B? Wartet mal. Achso, das sagt man einfach nur, dass da was Neues ist, oder wie? Können wir ja auch mal gucken. Ach, ihn hier haben wir jetzt freigeschaltet. Ach, ist das dieser König nur in... äh, Wayman-Form? Okay. Und das hier ist Glowbox nur in Rot, richtig? Das ist Wayman wie Blue... Ja, und komm, wir nehmen Wayman in Glowbox-Form. Huch! Verbubbelt, Way? Bist du's? Wut? Du passt nicht zufällig für Glowbox, oder? Du passt nicht zufällig... Warte, warte, ich werde jetzt Glowbox nehmen und dann... Der einzig wahre Glowbox. Größtes Leckermau der Lichtung. Cool. Okay, also zurück. Ähm... ihn hier auswählen. Und ab geht's. Und ich muss niesen. Ah. Aber wenn das wirklich alles Charaktere sind, dann guck mal, wie viel wir hier noch freischalten. Das ist ja unglaublich. Da lohnt sich das Durchspielen ja richtig. Das findest du gut. Findest du gut. Okay. So und so und so. Mumu... Warte. Mumu, Mumu... Mosk... Moskito. Mumu, Mumu, Moskito, okay. Mumu, Mumu... Ne, Mumu, Mumu... Mumu, Mumu... Ja. Mumu, Mumu... 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 So. Meine Güte, was sagst du denn hier? Ja, weiß ich. Ach, das war schon. Cool. Oh. Oh yeah! Ich meine, ich kenn die schon, aber ich find's immer schön, die zu sehen. Die gab's auch schon im allerersten Wayman. Die Musik, die ist geil! Oh, die Musik ist echt super. So, alles einsammeln. Sehr schön. Oh. Gut. Ach, du Heiliger. Schön, also ich sammle relativ viel ein, das ist gut. Oh, oh. Oh. Schön. Das müsste es eigentlich fett Punkte geben haben. Plopp, plopp, boom. Das heißt... Ah, du hast 50 gegnerische Bladen zum Platzen gebracht. Schön. Die Erfolge kommen geradezu. Einfach mal alles wild abschießen, wir kriegen schon Punkte dafür. Oh. So. Alles klar Also ich glaube hier kann es sogar sein, dass ich endlich mal die Medaille gleich beim ersten Anhieb schaffe Weil ich ja schon ziemlich viel einsammle gerade Na no, geht's in die Höhe Ach, es wird Abend, wie schön Oh Oh nein, da hinten habe ich die ganze Linie vergessen Verdammt, die habe ich zu spät gesehen Ich hoffe mal, das versaut es jetzt nicht Was ist das? Ach ja, ich kann auch einsaugen Oh cool Schön Oh verdammt, komm Na komm, saug mich ein Saug mich ein Ah verdammt Oh, jetzt hat er was Ah, ich kann ihm auch so Schaden machen, okay Oh, das war's schon Ach, wie süß Ah, ich glaube ich habe wieder zu wenig Ich glaube ich habe noch elf gebraucht Ach, verdammt Ist vielleicht hier hinten noch was? Nein Ach, Menschenskinders Ich glaube ich habe echt schon wieder zu wenig Da habe ich recht Na komm, geh weg, Erfolg Ah, verdammt Ah, verdammt Ich habe echt schon wieder zu wenig Ich glaube es war echt die Linie da, die ich übersehen habe mit den doppelten Punkten Aber naja, immerhin haben wir Alle drei Ist doch auch schon mal was Oh yeah Glückwunsch Neuer schicker Schatz In Dichten und das Dickicht Freigeschaltet Was heißt denn das? Warte, dann gehen wir doch nochmal hier zurück Ein neuer Schatz Freigeschaltet Im Dichten, dann Dickicht Ja, da gehen wir auch gleich hin Der Weg der Faust Der mit dem Strom schwimmt Haltlose Höhlen Hä? Ach, oder meint er das hier vielleicht? Ansonsten Ach, wartet mal Ja, Dichten ist Dickicht Okay Die Oberwelt heißt so Das heißt, er kann ja nicht nur das meinen Fang Ja Okay Machen wir Keine Ahnung, was er mir damit jetzt sagen wollte, aber Wir machen das Das Ich bin gerade gerutscht Okay Oh mein Gott Oh, ja, okay Ich würde natürlich auch nicht geschlagen werden wollen Oh, da war ein Gegner Oh Die Musik ist cool Wollte ich nur mal gesagt haben Ah Schnell, schnell Schneid Verdammt Oh, der ist schnell Das ist ja mies Okay Okay Wird gemacht Den kriege ich Oh, der ist schnell Oh, der ist schnell Okay, wartet Richtig hinsetzen Okay Jetzt bin ich bereit Gib Gas, Junge Aber die Musik dazu ist ziemlich cool Das erinnert mich ein bisschen an diese Ähm, schweren Level von Donkey Kong Country Returns Kann ich ihn eigentlich fangen oder muss ich ihm nur folgen? Das frage ich mich gerade so ein bisschen Oh Oh Komm schon, komm, komm Ah 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 Was ist denn das? Milchzahn? Oh, wie süß Guck Wie er das umklammert Wie süß Du hast einen Schädelzahn erhalten Oh, davon möchte ich den Screenshot haben Wartet mal Ähm Druck Oh Gott, das ist süß Okay, ich weiß, ich könnte auch mit Fripsen, äh Screenshot machen Aber ich bin mir nicht sicher, ob er dann irgendwie die Aufnahme abbricht oder so Und da habe ich keine wirklichen Lust drauf Wie super Und was macht das jetzt? Okay, das war Ah, das war unglaublich Das wäre echt toll So, aber wie lange nehme ich überhaupt schon auf? Ich weiß es gar nicht Ist das eine Stunde vielleicht? Ähm Ach komm, ich würde sagen, hören wir ja auf Wir haben jetzt erstmal eine Welt geschafft Ähm, die nächste Welt werde ich dann, ähm Ja In der nächsten Aufnahme anfangen Und ich würde sagen, bis bald und auf Wiedersehen Haut rein Ach, mir macht das Spiel Spaß Ich hoffe euch auch Bis bald